Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Audio-Webcast von Spanning Tree zu eVPN, skalierbare Techniken für das moderne Data Center. Mein Name ist Christian Töpfer und in dem heutigen Webcast werden wir mit dem Ethernet Virtual Private Network in die Welt der Rechenzentren und der Standortvernetzung eintauchen. Dazu begrüße ich als Experten neben mir im Studio Herrn Sebastian Graf. Er ist Solutions-Architekt bei der Xantaro Deutschland GmbH. Hallo Herr Graf. Schönen guten Tag. In etwa 50 bis 60 Minuten wird Herr Graf uns nicht nur erklären, was unter Ethernet VPN zu verstehen ist und welche Möglichkeiten Administratoren mit Ethernet Virtual Private Networks besitzen, sondern auch sagen, für welche IT-Strukturen eVPN-Lösungen geeignet sind und warum Unternehmen auf eVPN-Lösungen setzen sollten. Vorher habe ich noch ein paar Hinweise für Sie zum Ablauf dieses Webcasts. Das ist vor allem für jene Leute gedacht, die zum ersten Mal bei uns dabei sind. Die Präsentation, die Sie in kurzer Zeit von Herrn Graf sehen werden, können Sie sich während der Sendung und danach selbstverständlich auch herunterladen. Sie müssen also nicht mitschreiben und sich keine Screenshots anfertigen. Als weiteres Download-Material bekommen Sie von uns ein White Paper über die eVPN-Architektur. Ich werde Ihnen mitteilen, wenn die Download-Möglichkeiten vorhanden sind. Jetzt sind schon Links verfügbar, unter anderem zu einer Test-, Entwicklungs- und Schulungsumgebung von Xantaro mit einer Simulation komplexer Netzwerk-Architekturen und der Möglichkeit einer Live-Demonstration. Außerdem im Bereich Links ein Feedback-Formular, das Sie bitte am Ende der Sendung ausfüllen möchten und uns dabei Lob und Kritik mitteilen können. Jederzeit können Sie während des Webcasts Fragen stellen. Tippen Sie einfach Ihre Fragen in die Webcast-Oberfläche ein, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder wenn Ihnen ein Aspekt komplett fehlt. Trauen Sie sich, je mehr Fragen kommen, desto lebendiger wird dieser Webcast. Und haben Sie keine Angst, wir werden keine Namen der Fragenden nennen. Ich werde die Fragen dann entweder während der Präsentation von Herrn Graf stellen oder sie sammeln und am Ende in einer Frage- und Antwortrunde vorlesen. Immer wieder kommt die Frage, gibt es die Sendung auch als Aufzeichnung? Ja, die On-Demand-Version wird Ihnen ab morgen zur Verfügung stehen. Das ist immer dann wichtig, wenn Sie in den nächsten Minuten zum Beispiel unterbrochen werden von einem Kollegen und der Sendung nicht mehr folgen können oder wenn Ihnen dieser Webcast so gut gefallen hat, dass Sie ihn auch einem Kollegen weiterempfehlen möchten. Meine Damen und Herren, es geht heute um Ethernet Virtual Private Networks. Eine Firma, deren Rechner nur an einem einzigen Standort steht, gibt es in der heutigen Welt praktisch nicht mehr. Mit der Unternehmenszentrale müssen auch Computer in Niederlassungen, in Homeoffice-Arbeitsplätzen oder von jener Mitarbeitern, die zum Beispiel aus Geschäftsreise sind, verbunden sein. Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen allen Beteiligten muss dabei im Idealfall möglichst schnell, sicher, zuverlässig und fehlerfrei erfolgen. Als Möglichkeit, verschiedene Standorte miteinander zu vernetzen, kommt dabei in jüngster Zeit Ethernet VPN ins Spiel. Damit kann man die bisher auf das LAN beschränkten Vorteile der Ethernet-Technologie auf das Wahn erweitern. Kein Wunder, dass Ethernet VPN von Experten auch als VPN der nächsten Generation bezeichnet wird. Herr Graf wird uns jetzt in seinem Vortrag die technischen Details von eVPN näher bringen, Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen und die Vorteile aufzählen. Zu Beginn wird er noch kurz auf die Firma Xantaro und auf sich selbst eingehen, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Bitteschön, Herr Graf. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wie Sie bereits gehört haben, mein Name ist Sebastian Graf. Ich bin bei der Xantaro Deutschland seit circa fünf Jahren angestellt, beschäftige mich dort mit so ziemlich allem, was irgendwie routet oder switcht bei unseren Kunden. Habe da vorher sieben Jahre lang bei der British Telecom gearbeitet und mich da mit ähnlichen Technologien beschäftigt. Und auch die Xantaro ist eine Firma, der sich sehr stark um skalierbare Netzwerke kümmert und allem, was so darum herum geht. Da möchte ich jetzt wenig ins Detail gehen, denn letztendlich unser Tätigkeitsbereich, der startet wirklich auf dem Layer 1, wo es um die optische Übertragung geht und geht bis in den Layer 7, wo es um die Applikationsentwicklung geht. Heute beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig allerdings mit dem Layer 2 und mit dem Layer 3. Das ist auch meine Spezialisierung bei der Xantaro, womit ich mich bei unseren Kunden beschäftige und da speziell das Thema Ethernet VPN. Vielleicht das so als kleine Information vorab. Das, was wir ja heute bewerben, das ist kein Stück Hardware, was Sie bei einem Hersteller kaufen können. Das ist auch kein direkt ein Stück Software, was Sie irgendwo als Produkt kaufen können, sondern das ist einfach eine Technologie, definiert in der IEEE, das heißt von mehreren Herstellern als interoperabler Standard definiert und so gesehen auch von mehreren Herstellern unterstützt. Und wir schauen uns heute mal an, was man mit diesem Standard machen kann und wie wir ihn entsprechend einsetzen können. Ein kurzer Blick auf die Agenda. Wir schauen jetzt erstens mal ein klein bisschen zurück. Wo kommt Ethernet eigentlich her? Welche Mechanismen hat man in der Vergangenheit eingesetzt, um Ethernet zu skalieren? Und wo sind wir da eigentlich an die Grenzen gestoßen? Danach schauen wir uns Ethernet VPN im Detail an. Das heißt, wir schauen uns wirklich mal an, wie funktioniert die Signalisierung? Was kann ich damit machen und was sind die Vorteile dadurch? Wir werfen zum Schluss noch einen kleinen Blick auf mögliche Implementationen mit Ethernet VPN und im Anhang sind noch ein paar Referenzen aufgeführt, wo Sie weitere Informationen erhalten, neben den Informationen, die Sie auch hier in dem Webcast sich nachher herunterladen können. Wenn wir also bei dem Punkt einsteigen, Ethernet zu betrachten oder generell Netzwerktechnologien zu betrachten, müssen wir zunächst mal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Denn wann immer man sich historische oder auch aktuelle Netzwerktechnologien anschaut, muss man das immer auf zwei Ebenen betrachten. Es gibt da immer die Data Plane und die Control Plane. Auf der Data Plane muss ich in einem Netzwerk eben definieren, wie ich ein Frame physikalisch auf ein Kabel zu modulieren habe, welche Form so ein Frame einzuhalten hat, das heißt zum Beispiel bei Ethernet, wie die Preamble auszusehen hat, wie ich korrupte Frames erkennen kann, wie ich zwei Stationen miteinander vernetzen kann, mit welcher Datenübertragungsrate das passiert. Auf der Control Plane hingegen kümmere ich mich darum, wie erkenne ich eigentlich die Netzwerktopologie, wie erkenne ich renundante Wege, wie kann ich Load Sharing machen, wie kann ich Schleifen vermeiden und wie kann ich zwei unterschiedliche Systeme, die an völlig anderen Enden des Netzwerkes stehen, miteinander verbinden, sodass sie miteinander kommunizieren können oder wie verhindere ich vielleicht, dass sie miteinander kommunizieren können, wenn ich das eben nicht machen möchte. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass die Control Plane in so einem Netzwerkgerät generell das Gehirn ist und die Datenebene oder die Data Plane eben die Muskeln sind, die wirklich die Pakete von A nach B schieben. Beide funktionieren nun zusammen, das heißt, die Data Plane kann erst dann anfangen zu arbeiten, wenn die Control Plane das Netz konvergiert hat, wenn die Topologie klar ist und wenn Forwarding-Einträge programmiert sind. Wenn man sich so High-End-Routing- oder Switching-Architekturen anschaut, ist das auch relativ plastisch zu sehen, denn diese beiden Ebenen sind tatsächlich auch verschiedene Baugruppen in solchen Komponenten. Das heißt, man hat bei der Control Plane zum Beispiel so Komponenten, die halt das Chassis, das Netzwerk-Chassis kontrollieren und auf der Datenebene wirklich Module, wo einfach nur Ports drauf sind und wo ich dann meine Geräte dran anschließen kann. Da gibt es dann auch verschiedene Begriffe für, für die Control Plane, Routing-Engine, Raubprozessor, je nachdem, bei welchem Hersteller Sie sich das anschauen. Die Architektur ist allerdings bei allen Herstellern auch immer die gleiche. Und auch bei kleineren Komponenten, also selbst wenn ich so einen 1-HE-Switch mir anschaue, den ich heute in einem Data Center betreiben kann, zum Beispiel mit 10 Gig im Access, dann hat auch der getrennte Daten- und Kontrollebenen, nur dass ich es da halt nicht sehen kann, weil es halt alles in einer physikalischen Box halt ist. Nichtsdestotrotz sind getrennte Komponenten und jede Technologie, wie auch Ethernet, muss man immer auf diese beiden Ebenen betrachten. Und wenn wir mal genau das tun für Ethernet, ja, ist ja schon ein Standard, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, 1980, die erste öffentliche Publizierung. Bereits weitere Arbeiten oder weitere Definitionen im Standard haben schon ein paar Jahre vorher stattgefunden, aber das war so die erste Publizierung, die stattgefunden hat. Und hier sehen Sie auch als Referenz nochmal das sehr bekanntes Bild vom Ethernet, was die damalige Architektur von so einem sogenannten CSMA-CD-Netz auch recht anschaulich darstellt. Also das Grundprinzip von so Carrier-Sense-Multiple-Axis-Netzwerken ist, alle Stationen hängen an einem Netzwerk dran, an einem Netzwerkkabel, und jeder kann im Grunde mit jedem direkt kommunizieren. Das Interessante ist daran natürlich, wenn man sich das mal aus der heutigen Sicht anschaut, ist, dass da das Netzwerk als solches keine wirkliche Kontrollpläne hat. Das heißt, die gesamte Intelligenz war eigentlich in den Endstationen und die mussten dafür sorgen, dass sie eben miteinander kommunizieren konnten. Das Kabel war wirklich nur einfach nur die Physik, die das entsprechend dargestellt hat. Sprich, bei CSMA ist es halt so, eine Station, wenn sie Daten auf das Ether, wie es auch hier gegeben ist, also auf das Netzwerk Kabel übermitteln möchte, hat zuerst gelauscht, überträgt gerade jemand Daten und wenn nein, habe ich die Daten übertragen, stelle ich dann fest, dass gleichzeitig jemand anderes die Daten übertragen hat, gebe ich ein GEM-Signal darauf, dass das entsprechend bekannt geworden ist. Aber wie bereits erwähnt, das Kabel als solches hat keine wirkliche Intelligenz. Dann hat man irgendwann das Ganze auf eine neue Ebene gebracht und eine gewisse Intelligenz eingeführt durch die Einführung von sogenannten transparenten Bridges oder heute würde man allgemein Switches sagen. Und das war der erste Punkt, wo ich wirklich im Falle von Troubleshooting auch mal neben dem Kabel ein intelligentes Gerät hatte, wo ich Troubleshooting betreiben konnte, wenn ich irgendwann mal was nicht funktioniert hat. Das heißt, bei einem Switch oder bei einer transparenten Bridge, wie man es seinerzeit genannt hat, habe ich ein Gerät, was halt sich zum Beispiel die MAC-Adressen anschaut, MAC-Learning betreibt und eben entscheidet, wenn ich zwei getrennte Segmente miteinander verbinde, ob ein Frame wirklich von dem einen in ein anderes Segment übertragen wird oder nicht. Das heißt, da ist tatsächlich mal eine gewisse Intelligenz dazugekommen und auch das wurde dann weiter und weiter erweitert. Das heißt, diese transparenten Bridges haben nach und nach immer mehr Funktionen bekommen. Ganz am Anfang stand die Separation der Kollisionsdomänen. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Das heißt, nicht mehr alle sind an dem gleichen Kabel angeschlossen, sondern ich separiere diese Kollisionsdomänen und mache portbasiertes MAC-Learning. Das heißt, ich erstelle eine Tabelle, welche MAC-Adresse und welches Endsystem über welchen Port erreichbar ist. Und später hat man das Ganze noch erweitert. Man hat VLANs eingeführt, womit ich so einen physikalischen Switch in logische Switche separieren konnte und somit auch Stationen separieren konnte auf Layer 2. Man hat diverse Funktionen oder diverse Iterationen von Spanning-Tree eingeführt, um Schleifen im Ethernet-Netzwerk zu erkennen und zu vermeiden und so eine Art Topologie zur Erkennung zu machen. An das auch diesen Anfangszeiten von Ethernet, wo die ersten Skalierungsmechanismen eingeführt werden, gab es auch so eine oft zitierte Netzwerkweisheit, Switch where you can, route where you must. Hatte einfach damit zu tun, Switching auf Layer 2 war seinerzeit eine sehr schnelle Geschichte, Routing auf Layer 3 war sehr langsam. Also nur wenn ein Router ein 100-Megabit-Interface oder ein 10-Megabit-Interface seinerzeit hatte, hieß das noch lange nicht, dass der 10-Megabit forwarden konnte. Und deswegen hat man immer probiert, möglichst viel durch Switching zu erledigen und in das Routing nur dann rüber zu gehen, wenn es halt wirklich sein musste. Steht auch hier in der Präsentation, das ist inzwischen eine überholte Netzwerkweisheit. Heutigen Netzwerkkomponenten ist es relativ egal, ob sie switchen oder routen müssen. Der Durchsatz ist immer der gleiche. Aber hier versucht man eigentlich eher auf Routing zu gehen, wann immer es geht, weil es mir diverse Vorteile hat. Um jetzt mal anzuschauen, wo eigentlich jetzt das Problem ist oder das heißt, wann es jetzt eigentlich Sinn macht, so etwas wie Ethernet VPN einzusetzen, schauen wir uns mal hier an, so eine Liste von Anforderungen an ein Netzwerk, die mehr und mehr Kunden heute sehen. Das heißt, die Xantaro kommt ja eher so klassischerweise aus dem Carrier-Service-Provider-Data-Center-Hoster-Umfeld. Das sind so unsere Kunden, das heißt Leute, die mit ihrem Netzwerk Geld verdienen und das ihren Kunden wiederum zur Verfügung stellen. Wir sehen aber, dass auch mehr und mehr Enterprise-Unternehmen ähnliche Anforderungen an ihre Netze halt haben und auch Abteilungen teilweise wie Kunden gesehen werden, die auf ein gemeinsames Netzwerk gehoben werden müssen und denen dort ein Dienst angeboten werden muss. Und genau das ist der Punkt, wo Ethernet VPN einsetzt. Das heißt, mit Ethernet VPN habe ich die Möglichkeit oder kann ich die Anforderungen erfüllen, dass ich eine große Anzahl an MAC-Adressen pro Datacenter verwalten kann und diese MAC-Adressen auch über ein Layer-2-Interconnect an ein anderes Datacenter übertragen kann. Wenn man sich so anguckt, was in den Datacentern so in den letzten Jahren passiert ist, dann ist da so ein Thema eigentlich, an dem man kaum vorbeikommt und das ist Virtualisierung. Und das hatte einen relativ großen Einfluss auf die Netzwerkwelt, denn mit Virtualisierung habe ich plötzlich an meinem Netzwerkport nicht mehr eine MAC-Adresse sitzen, sondern habe eine große Anzahl an MAC-Adressen sitzen. Je nachdem, wie viele virtuelle Maschinen ich auf so einem physikalischen Server platziere, können das schon mal 50 oder 100 MAC-Adressen sein, wo vorher eben nur eine MAC-Adresse aus Sicht des Netzwerkes war. Und aus Sicht der Anwender dieses Netzwerkes ist auch die Hemmschwelle deutlich niedriger, mal ein neues System auszuprobieren, weil ich so eine virtuelle Maschine sehr schnell erstellen kann, sehr schnell auch wieder wegwerfen kann. Das heißt, es ist viel mehr Bewegung in dem Netz als bei früheren Netzwerken. Live-Motion oder Live-Migration von virtuellen Maschinen unter Beibehaltung der MAC- und IP-Adresse ist da oftmals eine Anforderung. Das heißt, ich möchte halt in der Lage sein, eine virtuelle Maschine im Live-Betrieb unter Beibehaltung der MAC-Adresse auf einen anderen physikalischen Server umzuziehen und das Netz muss damit irgendwie klarkommen. Gleichzeitig möchte ich natürlich, dass Flooding weitestgehend vermieden wird. Denn Flooding ist immer der Punkt, wo Netzwerke anfangen, nicht mehr zu skalieren, wenn das überhand nimmt. Und ich möchte diese ganzen Funktionen in dem Netz natürlich auch ausfallsicher und redundant verteilt haben. Und im Fehlerfall, wenn eine einzelne Komponente doch mal ausfällt oder ein Link ausfällt, soll das Ganze natürlich auch sehr schnell umschalten. Der letzte Punkt, der hier steht, basierend auf offenen Standards, das ist so eine Sache, das ist so jedem eigentlich selbst überlassen, ob das eine Anforderung an sein Netzwerk ist. Denn vieles von dem, was wir heute besprechen, kann man auch mit proprietären Lösungen von diversen Herstellern lösen. Das möchte ich an der Stelle gar nicht verheimlichen und auch nicht schlecht reden. Das heißt, auch diese Lösungen haben ihre Daseinsberechtigung und es ist einfach eine Entscheidung, die man für sich fällen muss, ob ich eine Lösung bauen möchte auf einem offenen Standard, wo ich vielleicht auch mal einen Hersteller wechseln kann oder ob ich eine Lösung halt baue, die von einem Hersteller halt supported wird, properitär von diesem Hersteller ist, wo ich mir dann aber auch im Klaren sein muss, dass ich auf diesen Hersteller oder vielleicht sogar auf gewisse Hardware-Serien dieses Herstellers eben fixiert bin. Während ich bei Ethernet VPN eben dadurch, dass es ein offener Standard ist, auch die Möglichkeit habe, das durchzuwechseln. Das heißt, wann immer Sie halt sehen, dass die Teile dieser Anforderungen für Sie zutreffen oder auch alle Anforderungen zutreffen, dann ist Ethernet VPN ein Thema, was Sie sich durchaus mal anschauen sollten. Wenn wir uns jetzt Ethernet VPN im Detail anschauen, wir hatten ja eben über die Kontrollpläne und über die Datapläne gesprochen, also schauen wir uns das Ganze jetzt auch mal für Ethernet VPN an. Nun ist es so, wenn man sich diesen Standard für Ethernet VPN durchliest, den RFC durchliest, wird man feststellen, dass größtenteils hier eigentlich die Kontrollpläne definiert ist und das ist auch wirklich die Aktion oder der Bereich, wo bei Ethernet VPN die ganze Magie passiert, nenne ich es mal. Aber natürlich muss ich den Frame letztendlich auch irgendwie von A nach B schieben und dafür gibt es Stand heute drei Varianten. Einerseits ist eine Variante MPLS, wie sie in Service-Provider-Netzen schon seit Jahren eingesetzt wird. Die XLAN ist eine Alternative und als dritte Alternative gibt es noch Provider-Backbone-Bridging, was wir hier auch kurz am Rande erwähnen, aber es ist eine etwas andere Technologie in Verbindung mit Ethernet VPN. Sie funktioniert ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz wollte ich sie hier noch erwähnen, aber leider reicht die Zeit dazu nicht aus, alle Techniken im Detail zu beleuchten. Die ersten beiden MPLS und VXLAN sind von ihrer Art und Weise sehr, sehr ähnlich. Deswegen fokussieren wir uns auch auf diese beiden, aber im Anhang werden Sie noch ein paar Referenzen finden, wo Sie auch zu dem letzten Standard noch etwas lesen können. Alle diese drei Techniken haben gemein, dass es letztendlich darum geht, einen Standard Ethernet-Frame aufzunehmen, ihn zu enkapsulieren, also in einen Tunnel zu packen und auf der anderen Seite wieder auszuleiten. Und das transparent. Das bedeutet also, die Endsysteme sollen nicht mitbekommen, was da in der Mitte eigentlich passiert. Es soll komplett transparent für Sie geschehen. Hier sehen wir jetzt mal so ein Beispiel, wie das in einem MPLS-Netzwerk eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn ich ein Geräte habe, Hardware habe von Herstellern, die MPLS-fähig ist, oder auch wenn ich bereits ein MPLS-Netzwerk einsetze, ist durchaus eine Sache, die wir nicht nur bei Carrierern und Service-Providern heutzutage sehen. Auch viele Enterprise-Kunden setzen heutzutage MPLS-Netze ein. Denn MPLS-Netze bieten mir einerseits eine schöne Trennung von Mandanten oder auch Kunden, sowohl auf der Kontroll- als auch auf der Datenebene, was eben auch für mehr und mehr Enterprise-Kunden ein wichtiges Thema ist. Wir sehen jetzt hier unten so ein Beispiel-Frame, wie der aussehen kann, wenn ich den jetzt mitten in meinem Netzwerk-Core mit dem Wireshark zum Beispiel mitschneiden würde. Dann sehen wir auf der rechten Seite die Nutzlast. Da steht jetzt Variabel drin. Je nachdem, wie halt der ursprüngliche Ethernet-Frame ausgesehen hat, kann das eine variable Größe haben. Wir gehen jetzt hier davon aus, dass auch das MPLS-Netzwerk über Ethernet übermittelt wird, was heute Stand der Technik ist. Das heißt, wir haben vorne einen neuen Ethernet-Header mit einer Ziel-MAC-Adresse, einer Destination-MAC-Adresse. Hier ist aber ganz wichtig, wir setzen Ethernet hier wirklich nur auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke ein, einfach um Daten zu übertragen zwischen zwei Systemen. Wir sehen dann zwei MPLS-Labels typischerweise und ein Kontroll-Wert, was im Summe ein Overhead von 26 Byte pro Paket bedeutet. Das ist natürlich auch immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wann immer ich Tunnel-Techniken einsetze, ganz gleich, welche dieser drei Techniken das jetzt ist. Ich erzeuge damit einen Overhead und muss natürlich sehen, dass ich in meinem Netzwerk-Core entsprechend diesen Overhead draufrechnen kann. Das bedeutet also, wenn die Nutzlast, die ich übertragen will, eine Größe von 1514 Byte hat, muss ich eben genau diese 26 Byte noch draufrechnen, denn eine Fragmentierung kann ich hier nicht machen. Es ist ein Layer-2-Frame, den ich übertrage und Ethernet-VPN sieht nicht vor, dass ich den hier irgendwie fragmentiere, sondern da muss ich eben entsprechend eine größere Interface-MTU bereitstellen in meinem Core. Wenn wir uns das Gleiche jetzt für VXLAN anschauen, Prinzip ist das Gleiche. Unterschied ist eigentlich nur, dass sich VXLAN eben nicht auf ein MPLS-Netzwerk stützt, sondern auf ein klassisches IPv4- oder auch IPv6-Netzwerk. Der Standard ist insbesondere auf Switching-Plattformen sehr, sehr beliebt, weil ich eben auch keinen Support für MPLS benötige. Wir sehen hier, auch hier habe ich wieder einen äußeren Ethernet-Header, das heißt auch hier gehen wir davon aus, dass auch im Core Ethernet gesprochen wird, auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke zwischen zwei Core-Geräten. Wir haben hier einen IPv4- oder einen IPv6-Header mit 20 oder 40 Byte, einen UDP-Header und dann den eigentlichen VXLAN-Header, der dann nachher mein virtuelles Netz identifiziert. Das heißt, das Grundprinzip ist das Gleiche. Der Overhead ist hier ein bisschen größer, weil ich eben hier einen kompletten IPv4- oder IPv6-Header mit übertragen muss, was ich bei MPLS eben nicht machen muss. Ansonsten kann ich sowohl mit VXLAN als auch mit MPLS ähnliche Konstrukte für Ethernet-VPN bauen. Hier als Referenz noch der dritte Standard, Provider-Backbone-Bridging combined mit Ethernet-VPN, ist im RFC 7623 definiert. Wenn man sich den RFC anschaut, wird man feststellen, dass der vergleichsweise kurz ist. Das heißt, da geht man nämlich tatsächlich nur auf die Unterschiede zu dem, ich nenne es jetzt mal klassischen, e-VPN ein. Das heißt, wo sind eigentlich die Unterschiede? Denn da gibt es ein paar. Hier sehen Sie nochmal, wie ein Frame da aussehen kann. Auch hier setze ich wieder MPLS ein als Übertragungsebene. Hier habe ich einen weiteren Header, den 8021-AHA-Header, wo ich dann entsprechend eine Enkapsulierung vornehme. Und auch hier habe ich die Nutzliste wieder am anderen Ende. Es gibt einen großen Unterschied bei der Enkapsulierung, wenn ich Provider-Backbone-Bridging einsetze. Denn hier mache ich ganz normales Mac-Learning, so wie ich das von einem Switch bisher auch gesehen habe. Das heißt also, ein Frame kommt an auf einem e-VPN-Gerät. Die MAC-Adresse wird gelernt, das wird über den Core übertragen. Und auch das Gerät am anderen Ende lernt die MAC-Adresse über die Data Plane. Das heißt, überall da, wo der Frame in den letzten, sagen wir mal, fünf Minuten ist und Standardwert gesehen wurde, ist auch die MAC-Adresse bekannt. Das ist jedoch der Punkt, wo klassisches e-VPN, über das wir jetzt den Rest in der Präsentation hier reden, den Unterschied macht. Denn hier ist wirklich die Idee, MAC-Adressen über BGP zu verteilen. Das bedeutet also, ich habe jetzt nicht nur das Learning in der Datenebene, sondern in dem Moment, wo meine Datenebene eine MAC-Adresse gelernt hat, wird die auch über BGP verteilt. Wir schauen uns gleich mal an, wie das im Detail funktioniert. Davor noch so ein paar andere Funktionen, die ich mit e-VPN erreichen kann. Ich kann eine Reduzierung von Flooding erreichen, nämlich genau durch dieses Verteilen der BGP-Adressen. Ich kann eine Lastverteilung machen über redundante Wege, auch über redundante Einstiegspunkte in ein klassisches Ethernet-Switching-Segment. Ich kann ein verteiltes Layer-3-Routing machen und erreiche durch BGP eine tolle Skalierung auf der Kontrollebene. Wenn ich mir so anschaue, wenn man so High-End-Plattformen sich anschaut und man redet so über BGP-Skalierung mit den verschiedenen Herstellern, da redet man typischerweise über so Einträge oder so über Skalierungszahlen bis 50 Millionen Routen, die so ein High-End-Gerät auf der Kontrollplane halten kann. BGP ist nicht umsonst das Mittel der Wahl, was von Service-Providern eingesetzt wird, um eigene MPLS-Netzwerke zu signalisieren. Genauso ist BGP auch das Protokoll, was das Internet am Leben hält, so wie wir es kennen, denn es ist von Grund auf darauf ausgelegt, über eine skalierbare Anzahl hohen Topologie-Informationen auszutauschen. Und man hat es jetzt quasi für Ethernet-VPN erweitert. Das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Das ist bei MPLS-Netzen bereits schon oft passiert. Das heißt, die unter Ihnen, die vielleicht MPLS-Dienste von Carriern einkaufen und diese nutzen oder vielleicht sogar selbst MPLS-Dienste betreiben, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits selber Variationen von BGP einsetzen, um genau diese Dienste zu signalisieren. Nichtsdestotrotz, hier schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter an, wie diese Mechanismen genau aussehen. Und wir schauen uns auch an, wie der Standard entsprechend aussieht. Während Herr Graf jetzt kurz verschnaufen darf und zum Glas Wasser greift, darf ich Ihnen mitteilen, meine Damen und Herren, dass also die Präsentation und das White Paper jetzt zum Download zur Verfügung stehen. Sie haben bestimmt schon den Hinweis in unserer Konsole gesehen. Bitteschön, Herr Graf. Danke. Hier kennen wir noch ein paar wichtige Begriffe für Ethernet-VPN. Wichtig sind vor allem die ersten beiden Begriffe, einfach weil die folgenden Folien darauf aufbauen. Die unteren sind eher so nochmal als Referenz nachher zum Nachschlagen da. Die sind jetzt für uns, für die Präsentation nicht ganz so wichtig. Aber nichtsdestotrotz für das Ethernet-VPN als solche sind sie wichtig. Gehen wir vielleicht zum ersten Mal auf den zweiten Punkt ein. Ethernet-Segment-Identifier. Das ist aus Sicht von Ethernet-VPN, von einem Ethernet-VPN-fähigen Switch oder Router, ein klassisches Ethernet-Segment, wo ich also klassisches Switching betreibe, Mac-Learning betreibe, wo ich vielleicht Spanning-Tree spreche, wo ich vielleicht eine proprietäre Herstellerfabrik einsetze. Ja, und diesem Ethernet-Segment wird immer ein Identifier zugeordnet, um ihn innerhalb der Ethernet-VPN-Wolke zu identifizieren. Das bedeutet also, hängen zwei Switcher an dem gleichen Ethernet-VPN, propagieren sie das über BGP und verwenden dafür den gleichen Identifier. Eine weitere Sache, die wir hier haben, ist eine sogenannte eVPN-Instanz. Da kommt jetzt nämlich die Mandantentrennung ins Spiel, denn ich habe die Möglichkeit zu sagen, dass ein gewisses Interface Teil einer Ethernet-VPN-Instanz ist, am einen Ende des Netzwerkes und dann am anderen Ende des Netzwerkes ebenso und kann dann eine weitere eVPN-Instanz auf beiden Geräten anlegen, die von der ersten komplett getrennt ist. Das ermöglicht mir zum Beispiel, dass zwei Kunden sich nicht sehen können auf Layer 2, auf Ethernet-Layer, oder aber, dass sie die gleichen MAC-Adressen verwenden können oder auch die gleichen Segment-Identifier. All diese Mechanismen kann ich hier einsetzen, um eben wirklich zwei komplett getrennte Layer 2-Netze über das gleiche Layer 3-Core-Netzwerk zu übertragen. Damit ich das eben machen kann, gibt es dann noch diesen Route-Distinguisher und Route-Target. Da würde ich jetzt nur etwas kürzer darauf eingehen. Bei dem Route-Distinguisher ist es letztendlich nur, das kann man sich so als fortlaufende Nummer auf dem lokalen Switch vorstellen. Jeder Ethernet-VPN-Instanz wird ein Route-Distinguisher zugeordnet, denn ich habe ja das Thema, wenn jetzt zweimal die gleiche MAC-Adresse in verschiedenen Instanzen vorkommt, muss ich die für das BGP eindeutig machen. Und dafür schreibe ich einfach einen eindeutigen Identifier davor, der eben der Instanz zugeordnet ist. Ja, typischerweise, wenn eine MAC-Adresse hardwarebasiert ist, kommt die typischerweise nicht doppelt vor, aber gerade bei so Protokollen wie HSRP oder VRRP oder anderen Renundanz-Protokollen kann es durchaus vorkommen, weil da die MAC-Adresse eben quasi künstlich gebildet wird und nicht wirklich einer physikalischen Netzwerkschnittstelle zugeordnet ist. Einen letzten Punkt hier, das sogenannte Route-Target. Damit kann ich wiederum steuern, wie die Topologie meines Ethernet-VPNs aussehen soll. Wir gehen jetzt bei allen Beispielen davon aus, jeder darf mit jedem reden, innerhalb der gleichen eVPN-Instanz. Das bedeutet also, sind zwei Systeme in der gleichen eVPN-Instanz und haben das gleiche VLAN, dann können sie auf Layer 2 miteinander kommunizieren. Man kann mithilfe dieser Route-Targets auch komplexere Szenarien bauen. Man kann so Sachen bauen wie Hub-in-Spoke, dass zum Beispiel nicht jeder mit jedem kommunizieren kann, sondern nur bestimmte Systeme miteinander kommunizieren können. Wie gesagt, hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, wir gehen jetzt erstmal der Einfachheit halber davon aus, jeder kann mit jedem reden, weil das auch typischerweise 95% der Einsatzfälle sind. Ein weiterer Begriff oder zwei weitere Begriffe, die man immer wieder sieht, wenn man sich mit Ethernet-VPN oder allgemein mit Tunneltechniken auseinandersetzt, ist das Overlay und das Underlay. Das Underlay ist wirklich mein Core-Netzwerk, das heißt in unserem Fall mein VXLAN-basiertes, also IP-basiertes oder MPLS-basiertes Core-Netz. Wir sehen das jetzt hier, da sind jetzt in dem Beispiel drei Router in dieser Wolke dargestellt und die drei Router unterhalten sich über ein Routing-Protokoll, was zum Beispiel Intermediate System to Intermediate System sein könnte, OSPF, es könnte BGP sein und darüber stellen sie einfach einen Weg von dem linken eVPN-Switch zu dem rechten eVPN-Switch zur Verfügung. Das ist aber für die beiden Server, die Sie da links und rechts sehen, komplett transparent, das heißt, das kriegen die nicht mit. Die haben den Eindruck, dass sie direkt über ein Kabel miteinander verbunden sind und dieses Netzwerk, was ich quasi virtuell über mein Underlay spanne, nennt man dann Overlay. Und der Clou an diesem Overlay ist, dass meine Core-Komponenten, wie zum Beispiel dieser Router, den Sie da in der Mitte so ein bisschen verdeckt sehen durch die Overlay-Beschriftung, der muss von all dem, was in dem Overlay passiert, nichts mehr mitbekommen. Das heißt also, erhöhe ich die Anzahl an Server links und rechts, dann müssen natürlich die eVPN-Switcher am Rand, die müssen damit klarkommen. Das Gerät in der Mitte jedoch nicht, denn das Gerät in der Mitte macht eine Forwarding-Entscheidung anhand von MPLS-Labels, die es nur innerhalb der Wolke gibt oder anhand von IP-Adressen, die es auch nur innerhalb der Wolke gibt. Und jetzt, um diese Begrifflichkeiten mal ein bisschen mit Beispielen zu füllen, haben wir hier so eine Beispiel-Topologie aufgebaut. Das heißt, wir sehen hier den Server 1 auf der linken Seite, der an dem Switch 1 angehangen ist. Wir sehen auf der rechten Seite den Server 2, der an zwei verschiedene Switche angebunden ist. Und man sieht hier noch ausgegraut so einen klassischen Layer-2-Switch. Das soll hier einfach ein bisschen darstellen, dass ich hier den Server nicht immer direkt an mein eVPN-fähiges Gerät anschließen muss, sondern da kann auch durchaus noch ein Switch mit dazwischen sein. Aber es muss nicht so sein, es kann so sein, aber es ist nicht zwingenderweise nötig. Ganz kurz noch so ein Begriff, oder um das auch noch mal ein bisschen klarzustellen, wie Sie sehen ja hier diese Symbole, sind typischerweise die Symbole, die man für Router einsetzt. Gleichzeitig schreiben wir da Switch dran. Die Übergänge sind ja auch fließend heutzutage. So ein Layer-3-Switch kann genauso routen, wie er switchen kann. Er hat natürlich andere Skalierungszahlen dahinter. Letztendlich ist es in dem Fall nur ein Begriff. Das heißt, wenn wir hier von einem Switch reden, von einem eVPN-fähigen Switch, kann es sein, dass der eine Hersteller das als Router bezeichnet, der andere bezeichnet das eher als Switch. Wichtig ist die Funktion, um die es darum geht. Das heißt, ich nehme einen Layer-2-Frame von diesem Server auf, oder halt von meinem klassischen Layer-2-Switch, enkapsuliere den in MPLS oder VXLAN, und schiebe ihn zu einem der anderen Switche rüber. Wichtig ist, die Switche reden dann untereinander BGP. Denn darüber wird dann die eigentliche eVPN-Topologie aufgebaut, und das eigentliche Overlay entsprechend auch aufgespannt. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal an, welche Art von Root-Typen es denn da eigentlich so gibt. Das heißt, wir sehen jetzt hier auf der linken Seite einen Server mit einer MAC-Adresse und einer IP-Adresse. Und der Switch, der an diesem Server angebunden ist, schickt jetzt ein BGP-Update zu seinen Nachbarn und verteilt genau diese MAC-Adresse und genau diese IP-Adresse. Und wir sehen auch hier, dass es hier einen sogenannten Ethernet-Segment-Identifier gibt und dass der auf Null gesetzt ist. Die Null ist hier so ein spezieller Wert, denn die sagt, dass diese MAC-Adresse an einer Single-Homed-Site angebunden ist. Das heißt, der Server hat nur ein Bein in die Ethernet-VPN-Wolke und keine renundante Anbindung an diese Ethernet-VPN-Wolke. Heißt also auch, fällt der Switch aus, ist der Server dementsprechend nicht mehr erreichbar. Dazu eine Frage, Herr Graf, und gleichzeitig die Aufforderung und der Wunsch an die Zuschauer, uns weitere Fragen zu stellen. Die Frage heißt, wie erkennt der Switch 1 die MAC- und die IP-Adresse? Ja, dafür gibt es mehrere Methoden. Der einfachste Fall ist der klassische File. Einfach dadurch, dass der Server 1 ein Paket erstellt hat, das an den Switch geschickt hat, die Datenebene des Switches hat das mitbekommen und informiert die Kontrollpläne darüber und dann kann der Switch eben genau diese MAC-Adresse und diese IP-Adresse per BGP an seine anderen Nachbarn verteilen. Das ist so der einfachste Fall. Denn das ist auch ganz wichtig zu betonen, ich kann mit Ethernet-VPN-Flooding nicht komplett vermeiden. Wenn der Server zum ersten Mal ein Paket erstellt und das zu einer unbekannten Zieladresse schickt, dann muss ich das Paket fluten. Da geht gar nichts dran vorbei. Aber die Verteilung von MAC-Adressen per BGP ermöglicht es mir, das Flut, das Flooding immens zu reduzieren. Das bedeutet also, der einfachste Fall ist, er hat einfach ein Paket gesehen und hat daraufhin dieses Update erstellt. Eine Alternative ist, was für das Server vielleicht nicht ganz so relevant ist, aber vielleicht, wenn es eine Endstation ist, die per DHCP die IP-Adresse geholt hat und der Switch 1 hat entweder die IP-Adresse als lokaler DHCP-Server verteilt oder aber hat ein Vorboarding von einem DHCP-Paket gemacht, wie es ja heute sehr oft gemacht wird, dann kann er durch DHCP-Snooping natürlich auch an die MAC- und an die IP-Adresse rankommen. Aber der einfachste Fall ist eigentlich, ich erreiche es durch klassisches Flooding und dadurch klassisches Learning. Das heißt, das ist jetzt für die linke Seite von unserem Beispielnetz, das ist relativ einfach, denn ich habe nur einen Switch, wo das angebunden ist und der Switch sagt im Endeffekt, diese MAC-Adresse ist über mich erreichbar, diese IP-Adresse ist über mich erreichbar und wir sehen auch hier, unterhalb der IP-Adresse gibt es hier ein sogenanntes Tunnellabel und darum sagt der Switch seinen Nachbarn, wenn ihr mir ein Paket für diese Endstation schicken wollt, dann verwendet folgendes MPLS-Label für den Fall, dass ich MPLS einsetze oder aber verwendet folgenden Network-Identifier für den Fall, dass ich VXLAN verwende. Das heißt, in dem Moment, wo ein Nachbar mir ein Paket an diesen Server schickt, bekommt er von mir die Information, wie ich ihm das Paket oder wie er mir das Paket zu schicken hat. Der Next-Top ist hier Switch 1, das heißt, der Switch 1 sagt, ich bin der Next-Top dafür, ich kann dieses Gerät erreichen. Jetzt sieht das auf der rechten Seite ein bisschen komplexer aus, da haben wir ja einen Server, der Multi-Homed ist, an zwei verschiedene Switche, das heißt, wir sehen hier, dass dieser Server nicht nur eine Möglichkeit hat, in das eVPN zu gehen, sondern der hat eine redundante Möglichkeit und dafür verwende ich einen anderen Root-Typ, um das Segment bekannt zu machen. Hatten wir anfangs schon mal erwähnt, jedes Segment hat einen eindeutigen Identifier im Ethernet-VPN und diesen Identifier verteile ich hier, das heißt, der Switch 3 sagt hier, das Ethernet mit der Segment-ID 1 ist über mich erreichbar und er kann auch hier sagen, ob es Single-Active oder Active-Active ist. Das ist eine Sache, die ich entsprechend konfigurieren kann, die ich vorgeben kann, je nachdem, was meine Implementation, mein Hardware-Hersteller mir da anbietet und damit kann ich nämlich sagen, dass ich Load-Sharing machen kann. Der Switch 2 macht genau das Gleiche, das ist jetzt hier nur exemplares für den Switch 3 dargestellt, das heißt, beide Switche propagieren die gleiche Segment-ID an die Nachbarn und dadurch weiß der Switch 1, dass das gleiche Ethernet-Segment, die gleiche Broadcast-Domainer, über beide Switche gleichwohl erreichbar ist. Dazu eine Frage, Herr Graf, wie wird der Ethernet-Segment-Identifier ESI gebildet? Automatisch oder manuell? Das ist beides möglich, das heißt, einerseits kann ich den manuell setzen, als Betreiber dieses eVPN, ich kann ihn aber auch automatisch lernen lassen. Ein Beispiel, wie man das zum Beispiel machen kann, mal angenommen, ich habe jetzt diesen Server oder diesen Switch Renondant angebunden und ich spreche da LACP drauf, um ein Port-Channeling zu machen oder je nachdem, mit welchem Hersteller Sie oder die Zuhörer zu Hause sind, bezeichnet man das auch als Port-Channel, als Aggregated Ethernet, Link-Aggregation-Group, ist prinzipiell immer das Gleiche, das heißt, ich setze LACP ein und schiebe dadurch zwei physikalische Links zu einem logischen Link zusammen und bei LACP ist es so, dass in dem Moment, dass beide Partner am anderen Ende des Links ihren System-Identifier, der von der MAC-Adresse gebildet wird, verteilen. Das bedeutet also, mal angenommen, der Server ist direkt angebunden und ich mache ein Interface-Bonding, so wird das typischerweise in der Linux-Welt genannt, spreche da LACP, dann wird der Server seine System-Id anhand von seiner MAC-Adressen wählen und auf beiden Interfacen die gleiche System-Id rausschieben und das kann ich ausnutzen und so die Ethernet-VPN oder die Ethernet-Segment-Id daraus bilden und dadurch merken natürlich die Geräte 2 und 3 automatisch, dass sie offensichtlich an dem gleichen Ethernet-Segment dranhängen. So, die Entscheidung, wann ich das mache, wann ich das eine, wann ich das andere mache, hängt letztendlich davon ab, ob ich das Gerät selber kontrolliere, was ich da anbinde, also in dem Fall den Server beziehungsweise ob ich dem vertraue. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann setze ich den manuell auf beiden Geräten, dann sage ich einfach, dieses Interface hat diese Segment-Id. Alternativ kann ich auch diesen automatischen Modus machen. LACP ist eine Variante. Wenn ich ein geswitchtes Netz angeschlossen habe, kann ich auch zum Beispiel auf Spanning-Tree-BPDUs hören und die einfach abfangen und entsprechend verarbeiten und da bilde ich dann die Segment-Id einfach anhand der Route-Bridge-Id, die ja dann gleich ist und dann entsprechend auch von beiden Systemen gebildet werden kann. Ja, das heißt, diese Typ-1-Routen setze ich eben erstmal nur ein, um das Ethernet-Segment bekannt zu machen und wir hatten ja in dem Beispiel davor gesehen, dass diese Typ-2-Routen letztendlich auf einen ESI verweisen können. In dem ersten Beispiel war das nicht so, da stand da eine Null drin, weil es eben keine, ja, keine redundant angebundene Site war. In dem Beispiel ist es jetzt mal eine, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Server und die Switche 2 und 3 haben beide Richtung Switch 1 verteilt, dass sie diesen Segment-Identifier mit der ID 1 erreichen können. Das heißt, Switch 1 weiß, okay, ich kann prinzipiell das Segment 1 sowohl über die 2 als auch über die 3 erreichen und wenn jetzt der Server ein Paket rausschickt, dann würde er sich für einen dieser beiden Links aus dieser Link-Aggregation-Group entscheiden und mal angenommen, das ist jetzt Switch 3, dann wird Switch 3 diese MAC-Adresse lernen und per BGP an die anderen Nachbarn verteilen und Switch 1 hat dann prinzipiell gelernt, dass diese MAC-Adresse eben über das Ethernet-Segment 1 erreichbar ist und hat gleichzeitig gelernt, dass das Ethernet-Segment 1 erreichbar ist über Switch 2 und Switch 3 und kann dann so eine gewisse Indirektion machen. Das heißt, wenn der Switch 1 eine Vorwarning-Entscheidung macht und er hat die gleichen Kosten zu beiden Endpunkten, dann kann er ein Session-basiertes Load-Balancing machen für diese Layer-2-Frames und so eben beide Einstiegspunkte in das Ethernet-Segment auf der rechten Seite nutzen. Das ist durchaus ein Vorteil gegenüber klassischen Technologien, wo ich sowas immer mit Blocking lösen muss, weil ich eben irgendwie diese Ethernet-Schleife vermeiden muss. Einen weiteren Vorteil, den ich durch diese Indirektion habe, jetzt könnte es ja sein, dass ich auf der rechten Seite nicht einen Server habe, sondern vielleicht 100. Das bedeutet natürlich auch, wann immer ich ein Konvergenzereignis habe, wie zum Beispiel mein Uplink in dieses Segment-Feld aus, wie hier in dem Beispiel auf dem Switch 3, da muss ich natürlich auch diese ganzen 100 MAC-Adressen, die ich vorher vielleicht propagiert habe, von dem Switch 3 wieder entfernen. Das kann natürlich dauern, besonders wenn ich jetzt hier über Datacenter rede, wo ich halt nicht 100, sondern vielleicht 10.000 MAC-Adressen habe. Auch da kann man sich diese Interaktion zunutze machen, denn was Switch 3 als erstes macht, ist, er wird ein BGP-Risdraw schicken, also ein BGP-Update, und wird mitteilen, dass er keine Verbindung mehr in das Segment 1 hat. Und erst danach wird er die ganzen MAC-Adressen entsprechend verteilen, dass er die auch nicht mehr erreichen kann. Switch 1 kann das jetzt eben dazu nutzen, dass er sagt, okay, Switch 3 steht nicht mehr als Next-Top zur Verfügung, aber alles, was ich über Switch 3 bisher gelernt habe an MAC-Adressen, kann ich prinzipiell auch über Switch 2 erreichen. Und dadurch habe ich eben eine beschleunigte Konvergenz, weil ich nicht alle WIS-Draws abwarten muss und kann sehr schnell auf einen alternativen Weg umschalten. Und das ist durchaus eine recht interessante Sache, denn alle Protokolle oder Technologie, die es vorher so gab, haben auf Konvergenzereignisse eigentlich immer damit reagiert, dass sie die MAC-Table geleert haben. Einfach weil gesagt wurde, okay, Tropologie hat sich irgendwie geändert, die MAC-Adressen hängen jetzt eventuell an anderen Ports, ich weiß nicht an welchen, also muss ich die MAC-Adress-Table leeren und kann erst danach wieder mit normalem Learning anfangen. Und genau das vermeiden wir eben hier an der Stelle. Das heißt, hier vermeiden wir, dass wir ständig die MAC-Adress-Table flaschen müssen, denn das erzeugt dann entsprechend auch wieder Flooding, weil ich eben nicht mehr weiß, wo die Destination ist. Hiermit vermeide ich das. Oder mit dieser Technik kann ich das eSynet haben ja die Stationen die Möglichkeiten, Broadcast zu schicken oder auch Multicast. Genauso ist es ja auch so, dass ich ein Frame, wo ich Destination nicht kenne, den an mehrere Systeme zustellen kann. Das heißt, ich muss halt immer gucken, wie ich so ein Frame weiterleiten kann und dafür, für diese sogenannten Boom-Frames, also Broadcast, Unknown, Unicast und Multicast, also Frames, die nicht einen Endpunkt haben, sondern mehrere Endpunkte, implementiert eVPN eine recht einfache Split-Horizon-Regel. Das heißt einfach, wenn ich über ein lokales Interface von einem Ethernet-Segment so ein Frame bekomme, zum Beispiel ein Broadcast-Frame, dann darf ich den aus anderen oder in andere lokale Interface ausleiten und ich darf ihn auch an alle anderen eVPN-Switche weiterleiten, die an dieser Ethernet-VPN-Instanz dranhängen, aber natürlich nicht zurück aus dem gleichen Interface ausleiten. Ähnlich sieht das aus, wenn ich aus dem Core so ein Broadcast-Frame bekomme, also von einem anderen eVPN-Switch, dann darf ich den lokal als eVPN-Switch an allen Segmenten ausleiten, die Teil dieser Instanz sind, nur ich darf ihn halt nicht zurückschieben. Jetzt ist es halt so, für diesen Mechanismus existieren zwei Wege, wie ich das lösen kann, denn ich habe ja jetzt die Herausforderung, eben kein Unicast mehr zu machen, sondern zum Beispiel Broadcast. Und hier gibt es die Ingress-Replication oder auch die Underlay-Replication. Jetzt ist es hier nicht so, dass man sagen kann, die eine ist gut, die andere ist schlecht, die haben beide ihre Vor- und Nachteile, die wir hier einfach mal kurz aufzeigen wollen. Das heißt, Ingress-Replication ist ein sehr einfacher Mechanismus. Das heißt, hier kommt ein Broadcast-Paket auf dem Switch 1 an. Wir sehen, es gibt den Server 2 und den Server 3, wo das ausgeleitet werden muss. Und der Switch 1 macht jetzt einfach eine Duplizierung dieses Paket. Es schickt eine Kopie an den Switch 2 und eine Kopie an den Switch 3. Jetzt sieht man schon, wo der Nachteil daran ist. Das ist keine sonderlich effiziente Übertragung der Frames, hat aber den Vorteil, dass das Core-Netz, was da drunter ist, eben nicht Multicast-fähig sein kann. Denn es ist oft so ein Knackpunkt. Multicast wird Stand heute halt auf Layer 3 nicht in besonders vielen Netzen eingesetzt. Es gibt Kunden, die das einsetzen. Meistens halt dann, weil sie halt spezielle Applikationen haben, die das einfach erfordern. Aber das Groß der Kunden, die wir so sehen, setzen da kein Multicast ein. Und dann ist Ingress-Replication der einfachere Weg, denn dann kann ich einfach diesen Frame als Unicast übermitteln. Das heißt, aus dem einen Broadcast-Frames werden jetzt hier zwei Unicast-Frames und die werden an die Server so getrennt übertragen. Ja, das habe ich ja schon den Begriff Multicast erwähnt. Das ist nämlich die Alternative, die sogenannte Underlay-Replication. Da beziehe ich jetzt mein physikalisches Netz in diese Replikation mit ein, was den Vorteil hat, dass es deutlich effizienter ist. Man sieht das jetzt hier, dass von dem linken Switch 1 zu diesem Core-Switch in der Mitte nur ein Frame übertragen wird und er erst da an der effizientesten Stelle erst dupliziert wird. Nachteil ist natürlich, das Underlay muss auf Layer 3 Multicast unterstützen. Also wenn ich hier VXLAN oder halt ein MPLS-Netzwerk einsetze, muss ich das Ganze eben auch Multicast-fähig mitmachen und muss entsprechend auch im Seifels-Fall Multicast troubleshooten können. Ja, auch dafür wird eine Route propagiert, die hier auch nochmal kurz zur Referenz aufgeführt ist. Es spielt auch keine Rolle, ob ich das jetzt über MPLS oder über VXLAN mache. Letztendlich, ich verteile eine Route, das ist in dem Fall der Typ 3 und ich sage damit, okay, über diese Route ist entsprechend oder über diese Route signalisiere ich, welchen Tunneltyp ich einsetzen möchte, ob ich Ingress-Replication machen möchte. Zum Beispiel bei MPLS heißt es dann, ich habe nur Punkt-zu-Punkt-Label-Switch-Fade oder bei VXLAN heißt es halt, ich dupliziere das Paket entsprechend. Oder ob ich Multicast einsetze, dann habe ich halt entweder PIM, wenn ich ein VXLAN-basiertes Netzwerk einsetze oder aber ich setze einen Punkt-zu-Multipunkt-Label-Switch-Fade im Falle von MPLS entsprechend ein. Ja, wie gesagt, beides sind valide Operationen, beides sind valide Varianten. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Hat beides seine Vor- und Nachteile und welche jetzt bei konkreten Installationen mehr Sinn macht, muss man sich einfach im Detail dann einfach anschauen. Jetzt haben wir ja mit Active-Active so ein bisschen was Neues eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, in so einem Layer-2-Netz oder zwei parallele Wege zu nutzen. Das stellt uns allerdings vor gewisse Herausforderungen. Wir sehen jetzt hier nochmal so ein Frame, der gefladdert wird vom Switch 1. In dem Beispiel sehen Sie, es ist jetzt wieder Ingress-Replication. Das spielt jetzt aber keine Rolle. Das wäre bei Underlay-Replication genau das Gleiche. Das heißt, dieser Frame muss an Server 2 und Server 3 ausgeliefert werden. Wir sehen, der Frame kommt auf Switch 3 an im unteren Bereich. Der Switch 3 forwardet das an den Server 3. Wir sehen, das Paket kommt auch auf dem Switch 2 an. Der Switch 2 leitet es an den Server 2 weiter und auch an den Server 3. Und da sehen wir natürlich schon, ohne weitere Optimierung ist das nicht wirklich optimal, denn ich habe hier das Paket dupliziert. Noch schlimmer ist es, wenn ich jetzt hier keinen Server angebunden habe, sondern vielleicht einen Switch. Dann kann es mir nämlich passieren oder je nachdem, wie das aufgebaut ist, dass der Frame wieder zurückgeloopt wird in meinen Ethernet VPN. Das heißt, hier brauche ich einen Mechanismus, wie ich das Ganze irgendwie geschickter machen kann. Genauso in die andere Richtung. Hier in dem Beispiel erzeugt jetzt der Server 3 so ein Broadcast-Frame und der Switch 3 leitet das einerseits zu dem Switch 1 weiter, was soweit in Ordnung ist. Er leitet das aber auch zu dem Switch 2 weiter, damit der es eben an den Server 2 weiterleiten kann. Aber in dem Fall schickt er Switch 2 auch gerade wieder zurück an den Server 3. Das heißt, man sieht, man braucht hier so einen gewissen Optimierungsmechanismus und den nennt man im Ethernet VPN den sogenannten Designated Forwarder. Der wird zwischen allen Switchen gewählt, die an dem gleichen Ethernet-Segment angebunden sind. Und dafür verwendet man den vierten Ethernet-VPN-Root-Typ. Das heißt, Switch 3 und Switch 2 verteilen jetzt einen neuen Root-Typ und sagen darüber, dass sie entsprechend an dem gleichen Segment dranhängen und wählen einen sogenannten Designated Forwarder, der für das Forwarden solcher Frames verantwortlich ist. Der Clou an der Sache ist, jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn das nur einer ist pro Ethernet-Segment, dann habe ich ja für das, für diese Boom-Frames ja kein Load-Sharing mehr. Aber letztendlich wird dieser Designated Forwarder pro WLAN-ID gewählt. Das bedeutet also so ein Ethernet-Segment, das kann entweder aus einer WLAN-ID bestehen, es kann aber auch aus mehreren WLAN-IDs bestehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zehn WLAN-IDs habe und habe zwei redundante Switche, die dieses Ethernet-Segment anbinden, dann werden die Switche automatisch die WLAN-IDs halbe-halbe verteilen. Das heißt, die eine Hälfte geht über den anderen Boom-Forwarder weitergeleitet und die andere Hälfte entsprechend über den anderen. Gilt aber wie gesagt nur für diese Frames, die geflattet werden müssen. Für Unicast kommen diese Mechanismen zum Einsatz, die wir vorher gesehen haben und die einen direkten Weg entsprechend ermöglichen. Hier sehen wir dann, was an dieser Stelle passiert. Das heißt, wir sehen hier in einem linken Beispiel das geflutet Paket von dem Switch 1. In dem Beispiel ist Switch 2 der Designated Forwarder für diesen Server 3 unten, also für dieses Ethernet-Segment und für diese WLAN-ID. Und Switch 3 weiß dann, dass er nicht der Designated Forwarder ist und wird den Frame entsprechend nicht an Server 3 weiterleiten. Dafür ist der Switch 2 zuständig. Das heißt, der Frame kommt entsprechend auch nur einmal auf Server 3 an. Ähnlich ist das in dem anderen Fall. Das heißt, hier hat sich Server 3 wieder entschlossen, den Frame zu dem Switch 3 zu schieben. Auf dem Switch 3 wiederum wird das Ganze wieder in dem Fall zum Beispiel mit Ingress Replication zu dem Switch 1 einerseits repliziert und andererseits auch zu dem Switch 2 repliziert. Und der Switch 2 weiß jetzt, okay, er darf diesen Frame nur an Server 2 weiterleiten. Er darf ihn aber nicht zurück in das gleiche Ethernet-Segment reinleiten, weil es ansonsten entsprechend zu einem Loop kommen würde wieder. Aber konkrete Frage jetzt, Herr Graf, wie erkennt denn der Switch 2 in diesem zweiten Fall rechts jetzt, dass er das Paket nicht an Server 3 geben darf? Ja, das ist im Fall, wenn ich VXLAN einsetze, relativ einfach, denn im Fall von VXLAN habe ich ja die Source-IP-Adresse, wo das Paket letztendlich herkommt in meiner eVPN-Instanz. Das heißt, wenn wir uns da nochmal zurückversetzen an die Dataplane für VXLAN, da hatte ich ja einen äußeren IP-Header und in diesem äußeren IP-Header habe ich eben auch die Source-Adresse von Switch 3. Das heißt, ich sehe anhand des Headers erstmal, es kommt von Switch 3 und ich sehe anhand der Informationen, die in dem VXLAN-Header drinstehen auch, dass es an dieses Segment wieder rausgeleitet werden soll oder an diese Instanz rausgeleitet werden soll. Und so kann der Switch 2 das eben erkennen, dass er das Paket nicht weiterleitet. Im Falle von MPLS verwende ich dafür ein zusätzliches Label. Das heißt, da ist es so, dass der Switch 2 ein spezielles Label verteilt dafür und der Switch 3 pusht eben dann nicht nur die Labels auf das Paket drauf, die er benötigt, um das Paket zum Switch 2 zu schieben, sondern er pusht noch ein zusätzliches Label, um eben das dem Switch 2 zu signalisieren, dass er diesen Frame eben nicht ausleiten darf an der Stelle. Ein weiteres Feature, was ich habe, wir haben ja bisher nur so über Layer 2 Kommunikation gesprochen, das heißt, was mache ich, wenn ich auf verschiedenen Enden meines Netzwerkes eben auf Layer 2 Kommunikation ermöglichen möchte. Jetzt ist es natürlich auch so, ich möchte ja auch irgendwann mal ausbrechen aus diesem Layer 2 Netz. Das heißt, ich möchte ja zum Beispiel zwei verschiedenen Ethernet Instanzen oder Ethernet VPN Instanzen vielleicht ermöglichen, auf Layer 3 auch miteinander zu kommunizieren oder aber auch zwei verschiedenen WLAN-IDs innerhalb der gleichen Ethernet VPN Instanz ermöglichen, auch auf Layer 3 miteinander zu kommunizieren. Da habe ich natürlich jetzt, wenn ich das mit klassischen Methoden löse, immer so einen sogenannten Effekt, den man Traffic Tromboning nennt. Also mal angenommen, der Server 2 will mit dem Server 3 kommunizieren und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Default Gateway auf Switch 1 zu platzieren. Was dann passiert ist, der Frame wird von dem Switch 3 zu dem Switch 1 geleitet, da wird das Layer 3 Routing gemacht, der Switch 1 leitet es wieder zurück zu dem Switch 3 und da wird es entsprechend wieder auf Layer 2 zu dem Server 3 zurückgeschickt. Das ist natürlich nicht wahnsinnig effizient und da bietet Ethernet VPN mir eine Möglichkeit, ein verteiltes Layer 3 Gateway zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir sehen das hier in dem Beispiel, Switch 1 und Switch 2 haben auch eine Layer 3 Adresse in diesen beiden Ethernet-Segmenten und auch in diesen beiden Ethernet-Instanzen. Das heißt, für die roten Server ist das in dem Fall die Adresse 101010. Gut, hier steht der 255, 254 würde wahrscheinlich eher Sinn machen, je nachdem, was ich für eine Subnetzmaske habe. Spielt jetzt auch keine Rolle. Das heißt, es ist eine gewisse IP-Adresse hier gewählt, die ich als Gateway einsetzen kann. Genauso haben die auch eine virtuelle MAC-Adresse und die ist auf Switch 1 und Switch 3 identisch und das führt dann dazu, dass wir in Server 2 und Server 3 miteinander kommunizieren können, dass direkt über Switch 3 erledigt werden kann. Das heißt, Switch 3 kann schon das Routing zwischen diesen beiden Segmenten machen und ich muss das nicht erst zu einer zentralen Instanz in meinem Netz ziehen und dann diese sonderliche Funktion noch zusätzlich auszuführen. Da ist halt nur wichtig zu sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, denn dieses Feature ist nicht auf allen Geräten verfügbar. Gerade auf Standard Layer 2 Switching-Chip setzen ist das nicht immer verfügbar. Das muss man halt wirklich im Detail mit seinem Hardware-Vendor klären, ob das Feature verfügbar ist. Aber wenn es verfügbar ist, bietet es mir eben die Möglichkeit, hier über einen schönen skalierbaren Weg das Gateway redundant zu verteilen und halt einen Ausstiegspunkt zur Verfügung zu stellen. Das muss ich nicht machen, das heißt, ich kann auch so ein Ethernet-VPN komplett ohne Layer 3 Interface auf den eVPN-Switchen betreiben, auf den eVPN-Switchen. Dann können die Stationen auf Layer 2 miteinander kommunizieren, aber eben nicht auf Layer 3 ausbrechen aus dem Segment. Auch das ist natürlich möglich. Jetzt sehen wir hier mal so ein paar Möglichkeiten oder eine Möglichkeit, wie ich sowas dann im Live-Netz deployen kann. Das heißt, wir haben jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, welche Vorteile Ethernet-VPN hat, wie es funktioniert. Und das Charmante an der ganzen Lösung ist, ich kann es halt an verschiedenen Stellen einsetzen. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel zwei Datacenter, links das Datacenter 1, rechts das Datacenter 2 und in der Mitte habe ich ein Interconnect. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Desaster Recovery Datacenter oder aber auch ein Datacenter, wo ich Spitzenlasten mit ausgleichen möchte oder einfach nur eine Georenenundanz herstellen möchte. und ich habe jetzt die Anforderung, dass eben ein Layer-2-Netz sowohl links als auch rechts verfügbar sein soll. Dann kann ich jetzt hier Ethernet-VPN ausschließlich für den Interconnect, das heißt für die vier Router, die man hier in der Mitte sieht, einsetzen. Dann sprechen nur diese Geräte hier Ethernet-VPN und binden hier einerseits links das Netz ein und andererseits rechts das Netz an. Das heißt, so kann ich zwei Datacenter miteinander kombinieren, die vielleicht auch auf vollkommen verschiedenen Techniken basieren. Es könnte also zum Beispiel sein, dass ich links ein ganz klassisches Spanning-Tree basiertes Netz habe, was eben mit irgendeiner Version von Spanning-Tree arbeitet, da halt mit Flooding arbeitet, aber am Übergabepunkt eben an meinen Ethernet-VPN Interconnect rangeht und auf der anderen Seite dann wiederum in ein anderes Datacenter ausgeleitet wird, was zum Beispiel mit der gleichen Technik arbeitet, also auch Spanning-Tree basiert, was vielleicht eine IP-Fabrik ist, wo Ethernet-VPN mit VXLAN drunter gesprochen wird. Oder aber es kann auch sein, dass eine der beiden Seiten vielleicht eine proprietäre Hersteller-Fabrik ist. Also vielleicht habe ich mich in einem einen Datacenter mal entschieden, auf einen gewissen Hersteller zu setzen, um das Ganze zu machen und vielleicht möchte ich das jetzt in einem anderen Datacenter einfach mal anders lösen, zum Beispiel um halt einen austauschbaren Hersteller zu haben, kein Vendor-Login zu haben oder aber, weil ich mich vielleicht auch gegen Softwarefehler in der linken Implementation schützen möchte und deshalb das Datacenter auf eine andere Art und Weise aufziehe. Das heißt, ich kann es als reinen Interconnect nutzen. Genauso kann ich aber natürlich dadurch, dass es ein offener Standard ist, auch selbst wenn ich unterschiedliche Hardware-Hersteller einsetze, links und rechts, das eVPN von komplett links bis komplett rechts durchziehen und alles dazwischen nur auf Layer 3 erledigen. Das heißt, das Ganze ist relativ skalierbar oder ist sehr gut skalierbar, eben weil ich hier auf Protokolle setze wie BGP, wie OSPF und wie Intermediate System to Intermediate System. Und bei diesen Protokollen, gerade bei den IGPs, da reden wir halt normalerweise, wenn irgendwo im Warn ein Link ausfällt über Konvergenzzeiten von 50 Millisekunden, die ich da erreichen kann und erreichen möchte. Ich glaube, alle, die schon mal mit Spanning-Tree gearbeitet haben, wissen, dass man teilweise je nach Größe froh ist, wenn es überhaupt konvergiert, je nach Größe des Data Centers. Bei Routing-Protokollen ist sowas gang und gäbe und ist sowas implementiert und da kann ich mich auch darauf verlassen, dass sowas entsprechend dann auch funktionieren kann. Und ich verbrauche oder ich benötige dann dafür keinerlei Layer 2 direkten Links mehr. Das heißt, ich setze Ethernet-VPN wirklich nur auf Punkt-zu-Punkt- Strecken ein. Das heißt, wenn auf einem dieser Punkt-zu-Punkt-Strecken hängen dann letztendlich nur zwei Geräte ran, ich benutze das Ethernet nur als Transportmedium, spanne mein Layer 3 Netz darüber auf, mein Underlay und kann dann das Overlay darüber entsprechend aufbauen. Jetzt ist es ja so, es gibt ja so in dieser Netzwerkwelt so den oft bemühten Begriff PowerPoint-Defined Networking. Das heißt, auf PowerPoint leitet sie sowas immer sehr nett aus, aber es ist natürlich auch durchaus interessant, sowas mal im Live- Betrieb zu sehen. Das ist jetzt so eine Ermunterung an die Zuhörer, wenn sie daran Interesse haben, sowas oder auch ähnliche Technologien und Sachen zu sehen, sind sie herzlich eingeladen, mal mit uns Kontakts aufzunehmen. Wir haben bei uns in Frankfurt ein eigenes Labor, was wir betreiben mit verschiedenen unserer Partner, Herstellerpartner. Das heißt, wir haben verschiedene Layer 2, Layer 3 Geräte da drin. Wir haben auch Security-Geräte da drin, also auch genau wie die Xantaro die Layer 1 bis 7 abdeckt, decken wir auch in unserem Technik-Center, in unserem Labor die Layer 1 bis 7 ab. Das heißt, man kann da sowohl DWDM-Equipment sehen, als halt auch Geräte oder Applikationen, die auf Layer 7 oder Layer 4 bis 7 entsprechend entwickelt wurden. Und wir haben auch die Möglichkeit, da Geräte mal unter Stress zu setzen. Das ist ja immer schön, wenn man halt so ein Datasheet sieht von einem Hersteller und da vielleicht entsprechend zu sehen ist, dass das Gerät zum Beispiel 100.000 MAC-Adressen lernen kann. Wenn ich es mit eVPN einsetze, da haben wir zum Beispiel auch ein Testgerät, wo wir mit XIA zusammenarbeiten. Da kann man problemlos auch mal simulieren, was passiert denn eigentlich wirklich, wenn man das jetzt mal macht. Also das Datasheet mal beim Wort nimmt und das Ganze mal ausprobiert und dann mal guckt, funktioniert das Gerät dann noch oder fällt es um und macht gar nichts mehr. Das heißt, wir bieten das hier an, dass wir durchaus auch Sachen, die wir halt selbst vertreiben oder halt auch selbst als Proof of Concepts den Kunden zur Verfügung stellen, um halt zu zeigen, dass Sachen, die wir halt bei Kunden planen, durchaus funktionieren. Genauso haben wir auch Kunden, die Hardware mitbringen in unser Testcenter und das entsprechend mal getestet haben wollen, zum Beispiel, weil sie eine neue Serie einsetzen oder aber halt auch, weil sie vielleicht neue Protokolle einsetzen wollen, die sie so bisher noch nicht gesehen haben und wollen dann einfach mal sehen, skaliert das Ganze auch nach oben und kann ich das Ganze entsprechend halt auch wirklich skalierbar betreiben. Wir benutzen also unser eigenes Lab sowohl für unsere interne Weiterbildung, wir benutzen es auch für externe Weiterbildung. Das heißt, mal angenommen, Sie würden so eine Technik jetzt bei sich implementieren und würden jetzt gern Ihre Mannschaft darauf schulen in der Firma, dann ist das auch so etwas, was wir sowohl on-site als auch remote dann mit Hilfe unseres Labors entsprechend anbieten können. Bleibt mir zum Schluss noch übrig, hier so ein bisschen auf die weiterführenden Informationen zu gehen. Wir haben einerseits ein White Paper von Juniper Networks, wo eben auf diesen Layer 2 Connect nochmal genau hingewiesen wird. Hier sind noch die wichtigsten RFCs aufgeführt. Erstmal der RFC 7209, der einfach mal die Anforderungen für Ethernet VPN aufnimmt. Im RFC 7432 ist dann letztendlich das drin, was wir heute besprochen haben. Das heißt, wir haben hier definiert oder wurde da definiert, bei der IETF entsprechend, wie der ganze Standard aufgebaut ist. Und hier auch nochmal der Verweis auf diesen RFC 7623, wo eben die Provider- Backbone Bridging Variante nochmal erläutert wird und wo der Unterschied ist zu klassischen eVPN. Das heißt, da sind die Mechanismen ein bisschen anders. Da habe ich klassisches Learning. Es funktioniert also ein bisschen anders. Das heißt, wann immer Sie mit jemandem reden, müssen Sie das immer im Hinterkopf behalten. Wenn Sie über Ethernet VPN reden, dass eben diese Provider-Backbone Bridging Variante eben etwas anderes, etwas anderen operativen, andere operative Funktionen hat. Vielen Dank, Herr Graf, für diesen sehr interessanten und sehr technischen Vortrag. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Chance, die letzte Chance, uns noch Fragen zu stellen, bevor diese Webcast beendet wird. Zum Beispiel so eine wie diese hier, die lautet, welche Konvergenzzeiten können erreicht werden? Eine einfache und kurze Frage, Herr Graf. Klingt einfach, ja. Kommt drauf an. Es kommt halt drauf an, was genau ausfällt. Das heißt, wenn ich innerhalb meines Cores einen Ausfall habe, das heißt innerhalb meines Underlays, wo ich halt Protokolle wie BFD einsetze, um eben eine Umschaltzeit innerhalb von 50 Millisekunden erreichen möchte, dann kann ich genau diese 50 Millisekunden durchaus erreichen. Wenn es jetzt um die Anbindung eines Ethernet-Segments geht, das heißt mal angenommen, ich habe jetzt hier einen Server-Renundant angebunden und spreche mit dem LACP, wenn der Link wirklich ausfällt, dann merkt der Server und auch das Netz das sehr, sehr schnell. Das heißt, da kann ich ähnliche Umschaltzeiten damit realisieren. Wenn es hingegen ein Fehler ist, dass zum Beispiel die LACP-Pakete nicht mehr geschickt werden, aber der Link weiterhin oben bleibt, dann kommt es halt auch auf die Timer, die ich definiert habe, aber da rede ich im schlimmsten Fall von der einstelligen Sekundenzahl. Das heißt also, das ist so die schlimmste Konvergenzzeit, die man so bei so Techniken haben kann. Man bewegt sich so im einstelligen Sekundenbereich. Wann immer ist allerdings irgendwo auf einer Ebene passiert, wo ich schon Layer 3 spreche, da rede ich eher über Millisekunden, was Umschaltzeiten angeht. Das ist aber auch durchaus eine Sache, wenn das für Kunden von Belang ist. Mit dem Testgerät, das wir haben, kann man durchaus auch solche Umschaltzeiten bis in den Nanosekundenbereich ermitteln. Das ist dann meistens nicht unbedingt so interessant, wie viele Nanosekunden das umschwenkt, aber diesen Millisekundenbereich, den kann man durchaus testen. Mit dem Testgerät kann man durchaus auch, so fahren wir auch durchaus zu Kunden, um das entsprechend vor Ort zu testen, wenn das nicht machbar ist bei uns im Labor. Das heißt auch sowas, das existiert nicht nur auf dem Datenblatt, sondern das kann man dann tatsächlich auch live zeigen, beziehungsweise live verifizieren, dass es wirklich so ist und gegebenenfalls halt dann darauf eingehen und gucken, ob es noch weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt. Vielen Dank, Herr Graf, für diese Antwort und für Ihre Präsentation. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Wir haben heute also gelernt, dass eWPN unter anderem dort eingesetzt werden kann, wo viele MAC-Adressen in einem Rechenzentrum unterstützt werden sollen. Wir haben gesehen, wie Beispieltypologien aussehen und wir haben unter anderem erfahren, dass es einen Designated Forwarder gibt. So, jetzt bin ich rausgekommen. Meine Damen und Herren, wenn jetzt keine weiteren Fragen offen sind, dann bleibt von mir noch der Hinweis auf die On-Demand-Version. Die Aufzeichnung unseres Webcasts wird ab heute Nachmittag, spätestens ab morgen früh Ihnen zur Verfügung stehen. Dann schauen Sie sich bitte auch nochmal das Feedback-Formular in unseren Links an und teilen Sie uns mit, wie Ihnen dieser Webcast gefallen hat und schauen Sie gelegentlich bei uns vorbei und informieren Sie sich über weitere Webcasts, die wir Ihnen präsentieren. Vielen Dank, Herr Graf. Wir hoffen, meine Damen und Herren, dass Ihnen der Webcast gefallen hat. Schön, dass Sie da waren, Herr Graf. Vielen Dank für die Möglichkeit. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.